Und ich sitze hier inmitten von jungen Marathon-Teilnehmerinnen, beim Kinderlauf mitgemacht, über wie viele Kilometer? 4,2. Wie war's? Anstrengend? Es geht. Zufrieden mit der eigenen Leistung? Ja. Bravo, soll sowas auch sein. Die Siegerzeit, die betrug heute 2 Stunden, 7 Minuten und 38 Sekunden. Diese Zeit bedeutete auch neue Rekordzeit und das zum Jubiläum, zum 25. Vienna City Marathon. Wir wollen eine kleine Zeitreise machen, zurück bis ins Jahr 1985. Pardon, 88, oder war das, ja, 25? Aber wir wollen beginnen im Jahr 2008. 1, 2, 1, 2.